Das, was so an Zeichnungen da drin ist, das habe ich halt gemacht, auch während der Studiophase, weil wir das teilweise parallel gemacht haben, einfach weil wir wussten, hey, die Platte wird in zwei Wochen fertig sein, jetzt müssen wir reinhauen mit dem Cover. Die Texte habe ich persönlich selber abgezippt, die man hier lesen kann mit meiner Schreibmaschine zu Hause und das ist wirklich alles mit Hand gemacht und mit Liebe.